Zehn Dinge, die ich von Arnold gelernt habe. Ich bin Bodo Schäfer und heute erkläre ich dir, was ich von Arnold Schwarzenegger gelernt habe. Und zwar lange, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und ich sage dir meine vier wichtigsten Erkenntnisse über Helden und wie du garantiert deinem persönlichen Helden sehr, sehr nahe kommst. Etwas ist faszinierend. Ich war Arnold schon sehr lange sehr nah. Und das muss ich erklären. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wer unsere Helden sind. Und wir können das nur dann ganz genau festlegen, wenn wir wissen, was wir an diesen Menschen besonders mögen und auch bewundern. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand perfekt ist. Und natürlich auch nicht, dass wir nach irgendjemandem schauen sollten, der möglichst keine Fehler hat. Das ist ganz wichtig. Denkmäler haben Fehler. Und Helden haben Fehler. Hier meine vier wichtigsten Erkenntnisse über Helden. Das wichtige erste Erkenntnis. Helden haben sogar mehr Fehler als normale Menschen. Warum? Vielleicht ist das wie mit dem Licht und mit dem Schatten. Da, wo viel Licht ist, ja, da gibt es auch einen kräftigeren Schatten. Wo sehr große Stärken sind, da gibt es auch sehr große Schwächen. Jedenfalls habe ich das immer wieder festgestellt. Und am Anfang, ganz ehrlich, hat mich das gestört. Es hat mich entsetzt. Es hat mich enttäuscht. Aber dann habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt. Es geht ja gar nicht darum, dass wir ein Denkmal von seinem Sockel stürzen. Sondern es geht darum, irgendwann einmal ebenfalls auf einem Sockel zu stehen. Dafür ist es dann schon ziemlich blöde, wenn wir den anderen zu uns herunterreißen wollen. Nur weil wir einen Fehler entdeckt haben. Viel klüger ist es, von ihm uns hochhelfen zu lassen. Ich will ja ganz bestimmte Stärken lernen und nicht einen Menschen verehren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Stärken lernen, nicht verehren. Ich will gezielt die Dinge stärken, die ich an mir entwickeln möchte. Und dafür gibt es nichts Besseres als die Nähe zu einem Helden. Das zweite Wichtige, was ich gelernt habe. Du musst nicht den Helden persönlich kennenlernen. Natürlich hilft das, wenn du es tust. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht von dem zurückhalten lassen, was wir gerade nicht haben. Und wenn wir die Nähe und die Bekanntschaft zu einem Helden nicht haben, so muss uns das nicht zurückhalten. Es gibt heute doch so viele Möglichkeiten, wie wir jemandem sehr nahe sein können. Das heißt, sehr viel über ihn erfahren können. Und die Dinge können wir zusammentragen. Wir können uns Filme anschauen auf YouTube. Wir können Interviews anschauen. Wir können über ihn lesen, Zeitungsartikel im Magazin. Wir können online so viel über jemanden erfahren. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Wenn wir einen Helden auswählen, so ist das Arbeit. Ja, liebe Freunde, das ist Arbeit. Und es kostet Zeit und Mühe. Ich sage dir, wie ich das gemacht habe. Ich habe damals schon vor Jahrzehnten, wirklich Jahrzehnten, alles gesammelt, was ich über Arnold Schwarzenegger finden konnte. Jeden Text. Es gab ja damals noch kein Internet. Also alles, was ich in Zeitungen gefunden habe, in Büchern gefunden habe, jedes Interview. Ich habe schließlich wirklich hunderte, viele hunderte Seiten von Material gehabt. Und daraus habe ich mir das Wichtigste herausgeholt. Der dritte Tipp also heißt, streng dich an, sammle, suche. Mach es dir nicht einfach. Warum? Weil du es dir wert bist. Es gibt keine stärkere Kraft, um nach vorne zu kommen als einen persönlichen Coach oder einen persönlichen Helden. Und natürlich wird uns das nicht einfach nur geschenkt. Wir müssen etwas dafür tun. Die ganze Anstrengung mündet dann darin, dass ich die vielen hunderten Seiten, die ich über Arnold gesammelt habe, auf 10, 10 Punkte verdichtet habe. Und das ist jetzt der letzte, der vierte Tipp. Die 10 Punkte habe ich mir sehr lange, jeden Morgen selber laut gesagt. Das nennt man Affirmation. Immer wieder zwei, drei Punkte, manchmal auch nur einen. Und am nächsten Morgen wieder zwei, drei oder nur einen. So wie ich gerade Lust und Zeit hatte und wie ich es auch brauchte. Und irgendwann einmal konnte ich diese Affirmation, diese Sätze, die eigentlich Arnolds Sätze sind, die jetzt meine Sätze wurden, so gut, dass ich in bestimmten Situationen ähnlich reden, denken und fühlen konnte wie Arnie. Wenn wir uns bewegen wie ein anderer, fühlen wir wie der andere. Wenn wir reden wie der andere, seine Rede, dann fangen wir an zu denken wie der andere. Was können wir anders besser tun, als zu fühlen und zu denken wie ein anderer? Dann werden wir ein Stück weit wie ein anderer. Zumindest habe ich mir das eingebildet. Und eins weiß ich genau, es hat mir sehr geholfen. Ich denke, jetzt bist du gespannt auf die 10 Dinge, die ich von Arnold gelernt habe. Nummer 1. Kompromisslose Opferbereitschaft. Wow. Kompromisslose Opferbereitschaft. Du musst wissen, dass ich damals mit 26 Jahren pleite war. Da hatte ich auch keine besonders starke Persönlichkeit. Und Opferbereitschaft hatte ich schon gar nicht. Im Gegenteil, ich wollte es bequem haben. Und hier spricht Arnold nicht nur von Opferbereitschaft, sondern von kompromissloser Opferbereitschaft. Übrigens habe ich zu jedem Satz mir dann immer noch ein, zwei erklärende Untersätze gesammelt. Und hier ist meiner zur kompromisslosen Opferbereitschaft. Obwohl das natürlich schon sehr stark für sich spricht. Aber was Arnold dazu sagt, das hat mich echt ins Herz getroffen. Ich würde mich hassen, sagt er. Ich würde mich hassen, wenn ich so willensschwach wäre, nicht zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Wow. Ich muss es nochmal sagen. Ich würde mich hassen, wenn ich so willensschwach wäre, nicht zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Hier ist mein zweiter Leitsatz von Arni. Ich stelle mir ständig konsequente Fragen. Okay, das haben wir alle schon gehört. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Aber das ist wirklich so. Wir stellen uns den ganzen Tag über sehr leicht saublöde Fragen. Zum Beispiel, kann ich das? Die ist so dumm, die Frage. Weil ich auch sagen könnte, nein. Oder statt uns zu fragen, wie schaffe ich das am besten? Wie schaffe ich das am schnellsten? Wer hilft mir am meisten? Eine weitere saublöde Frage ist, warum passiert das jetzt gerade mir? Und warum gerade jetzt? Das ist so doof. Und hier kommt die Frage, die Arnold sich gestellt hat. Und die ist einfach klasse. Was kann ich tun, um besser zu werden als alle anderen? Im Bodybuilding macht das durchaus Sinn. Da kannst du ja nur einen Sieger geben. Nur den einen. Aber in meiner Welt muss man gar nicht besser sein, sondern anders. Also stelle ich mir heute die Frage, was kann ich tun, um der Beste zu werden, der ich sein kann? Das sind beides sicherlich sehr gute Fragen. Dritter Satz von Arnold. Ich bin der geborene Sieger. Dazu muss ich euch noch ein paar Zitate von ihm sagen. Arnold sagt, es ist mir bestimmt Großes zu vollbringen. Und da hatte ich bei mir ganz große Zweifel. Ich war ja kein Arnold. Ich hatte auch nicht seinen Körper. Ich habe ihn noch nie bekommen, nicht ansatzweise. Ich habe es nicht mal richtig probiert. Aber ich habe diesen Satz nachgeplappert. Und jetzt glaube es mir oder nicht, ich habe mir fast jeden Morgen gesagt, es ist mir bestimmt Großes zu vollbringen. Und jetzt kam das Wunder. Irgendwann habe ich angefangen, das zu glauben. Und das ist echte Magie. Diese Sätze als Affirmation sind der absolute Wahnsinn. Sie machen das wunderbar. Arnold hat noch was weiteres dazu gesagt. Ich bin so wild entschlossen, Millionen zu verdienen. Es kann gar nicht schief gehen. Boah, so wild entschlossen. Ich sage mir heute noch, jeden Morgen, ich ziehe Geld magisch an. Ich mache dabei so eine Handbewegung. Ich ziehe Geld magisch an. Über Arnold Satz ist natürlich schon sehr gut und krass gewählt. Also noch einmal. Ich bin so wild entschlossen, Millionen zu verdienen, dass es gar nicht schief gehen kann. Dann, nochmal, wenn du das ein, zweimal plapperst, bringt das gar nichts. Wenn du das aber wochenlang, monatelang, jeden Morgen machst, dann wird dich das verändern. Glaub es mir. Der vierte Satz von Arnie. Der größte Unterschied zwischen mir und den anderen ist, dass ich sage, ich werde Sieger sein. Arnold sagt dazu, wir müssen uns siegen sehen, schon bevor wir siegen. Klar, ihr versteht, was gemeint ist. Wir brauchen eine Vision, eine Vision. Wir müssen das visualisieren. Wir müssen mindestens einmal am Tag unsere Augen schließen und dann müssen wir das wie so ein Video in uns selber abspielen lassen. Diese Vision von uns als Gewinner. Und jetzt scheiden sich die Geister. Es gibt die, die sagen, verdammt, dafür habe ich einfach nicht die Disziplin. Und dann sage ich dir in aller Freundschaft, wenn du nicht mal bereit bist, eine Minute zu träumen, wie willst du dann erwarten, dass du im Leben etwas wirklich Großes erreichst? Nicht mal eine Minute träumen, was Spaß macht. Also, wir müssen uns als Sieger sehen. Wir brauchen die Disziplin, um das jeden Tag einige Male zu machen. Wenigstens aber einmal Augen schließen, visualisieren. Der fünfte Satz von Arnie. Ich zweifle nie. Das war für mich so brutal wichtig. Ich habe ja dauernd gezweifelt. Mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich irgendwie immer. Und dann fing ich an, mir zu erzählen, ich zweifle nie. Und ich habe gezweifelt. Ich zweifle nie. Ich habe gezweifelt. Ich zweifle nie. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gezweifelt, ob dieser Quatsch irgendwas bringt. Aber ich habe es weiter gesagt. Ich zweifle nie. Ich zweifle nie. Ich zweifle nie. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, vielleicht sollte ich das mal positiv ausdrücken. Und dann habe ich angefangen, mir jeden Morgen ein paar Mal zu sagen, ich vertraue mir und ich finde Kraft in mir. Ich vertraue mir und ich finde Kraft in mir. Ich vertraue mir und ich finde Kraft in mir. Und im Ergebnis zweifle ich immer weniger. Eigentlich überhaupt nicht mehr. Das eigentlich ist übrigens ein blödes Wort. Also, ich zweifle nicht mehr. Und das, meine lieben Freunde, ist ein Wahnsinnsgeschenk. Und wisst ihr was? Einige der wichtigsten Geschenke machen wir uns selbst. Wir schaffen es, uns selbst von Zweifeln zu befreien. Das ist eins der größten Geschenke, die wir uns machen können. Und das tun wir eben mit solchen Autosuggestionen, wie Arnold das macht. Hey, Arnold ist ein Held. Erinnerst du dich? Zumindest in meinen Augen. Und selbst ein Held wie Arnold hat das jeden Morgen gemacht. Der Typ hat jeden Morgen seine Affirmationen gemacht. Da gibt es Leute, die sagen, das klappt ja eh nicht. Das sind ja nicht die Sätze, die er sich zufällig mal in irgendeinem Interview aus den Ärmeln gesaugt hat. Sondern das sind seine Affirmationen. Und ich habe nur die wichtigsten rausgeholt. Nochmal. Und übrigens ist das auch von Arnie. Die eine Sache ist es, Helden zu bewundern. Das tun viele. Aber nur wenige stellen sich vor, ich will so werden wie Sie. Sechstens. Absolute Konzentration. Arnie sagt dazu, keine Ablenkung. O-Ton Arnie. Ich habe früh gemerkt, dass mich Mädchen ablenken. Also habe ich mir angewöhnt, jeden zu ignorieren, der während des Trainings mit mir spricht. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob Arnie das mit den Mädchen wirklich gelernt hat. Aber zumindest hat er sich angestrengt. Aber überlegen wir uns mal, wie krass das ist, jeden zu ignorieren, der ihn während des Trainings anspricht. Das Ergebnis wissen wir alle. Wenn wir wirklich etwas Großes erreichen wollen, dann brauchen wir absolute Tunnelkonzentration. Auch diese Konzentration hatte ich nicht. Mich konnte alles ablenken. Natürlich auch Mädchen. Dann habe ich mir jeden Morgen gesagt, absolute Konzentration. Absolute Konzentration. Absolute Konzentration. Merkt ihr, wie krass das ist? Da gibt es Leute, die sagen, ich wäre so gern erfolgreich. Und denen kann ich nur antworten, was mein Coach mir gesagt hat, als ich mal gesagt habe, ich möchte so sein wie Sie. Da antwortete er mir, dann kommen Sie jede Woche an drei Tagen zu mir, um zu lernen. Schreiben Sie alles mit, setzen Sie die Dinge um, die ich Ihnen sage. Und dann musste ich dreimal die Woche von Köln nach Frankfurt fahren. Dreimal die Woche mit einem Ford Fiesta. Was heißt musste? Ich durfte. Also, wir zahlen einen Preis. Aber wir können alles erreichen, wenn wir bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Nummer sieben. Trete stets als Sieger auf. Kleide dich so, bewege dich so, lerne so zu sprechen. Vielleicht kommt dir das am Anfang komisch vor, wenn du das machst. Mir ist das so passiert. Aber irgendwann fühlen wir uns wohl damit. Wir müssen lernen, uns wie ein Sieger zu verhalten, damit wir ein Sieger werden können. Achtens. Schmerz ist gut. Das ist einer der wichtigsten Sätze, die ich von Arnold gelernt habe. Schmerz ist gut. Arnie erklärt das. Der Umgang mit der Schmerzzone unterscheidet den Champion vom Nicht-Champion. Und er sagt, und auch das finde ich mega krass, ich mag den Schmerz, der mich zum Champion macht. Mein Lebensentwurf bis dahin war, Problemen aus dem Weg zu gehen. So wie ein Skifahrer um Slalomstangen elegant herumfährt, wollte ich Schwierigkeiten vermeiden. Ich hatte Angst vor Anstrengung. Damit habe ich mich einfach unwohl gefühlt. Ich wollte mich nicht anstrengen. Und jetzt lerne ich plötzlich, Schmerz ist gut. Und ich mag den Schmerz, der mich zum Champion macht. Merkt ihr, wie das den Mindset verändert? Ihr könnt dann gar nicht anders. Ihr empfindet das nächste Mal Schmerz, auf einmal durchzuckt es dich und du sagst, geil, Schmerz ist gut. Jetzt werde ich Champ. Du bist ja jetzt nicht plötzlich zum Masochisten geworden, sondern du entdeckst jetzt das Sieger-Gen in dir. Das Helden-Gen. Und das macht etwas mit dir, das macht etwas mit dir, das du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Glaub mir das. Schmerz ist gut. Satz 9. Von lauter Siegern umgeben zu sein, hebt einen zum Sieger empor. Ultra wichtig. Das wissen wir alle. Wir müssen uns mit Siegern umgeben, mit Helden. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir die nicht auf Anhieb finden in unserem Leben, weil wir keinen Zugang zu ihnen haben, dann ist es wichtig, dass wir trotzdem alles erdenkliche Material über diese Leute sammeln. Glaubt mir, es lohnt sich. Satz 10. Und der zehnte Satz von Arnie, der mag dich überraschen. Er sagt, ich lebe ruhig und zurückgezogen. Hey, ruhig und zurückgezogen, der Terminator, das war überhaupt nicht die Vorstellung, die ich von Arnie hatte. Ich dachte, das ist ein Feierbiest, ein Lebemann. Aber tatsächlich lebt der die meiste Zeit ruhig und zurückgezogen. Und er erklärt das auch. Er sagt, je mehr Energie einem von außen entzogen wird, desto sorgsamer muss unser Leben organisiert werden. Und er erklärt weiter, für Höchstleistung brauche ich Ausgeglichenheit und Disziplin. Wusstest du, dass zum Beispiel Mike Jagger, den viele auch für so einen Feierbiest halten, in Wahrheit schon viele Jahrzehnte keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken hat. Der trinkt Kamillentee. Das ist kein Witz. Er hat sich gefragt, was will ich? Noch ein paar Jahre richtig feiern oder ein paar Jahrzehnte auf höchstem Niveau performen? Das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Aber ich lebe ähnlich ruhig. Ich treffe mich gerne mit lieben Freunden und krachende Party brauche ich so nicht. Ganz selten. Ich lebe seit vielen Jahren mit derselben Frau und das macht mich ganz tief glücklich. Mir gibt das Glücklichsein mehr Kraft als das oberflächliche Spaß haben. Den Winter verbringe ich in Florida am Wasser und da ist es ruhig und beschaulich. Klar, in meinen Augen ist es das Paradies, aber es ist tatsächlich ziemlich ruhig. Da habe ich dir einen wirklich tiefen Einblick in einen der wichtigsten Punkte gegeben, der mich geprägt hat. Wie ich mir meinen persönlichen Helden ausgesucht habe, Arnold Schwarzenegger. Das hatte etwas mit Arbeit zu tun, aber auch mit Begeisterung. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir uns wirklich verändern können, wenn wir das wollen. Und der Sinn dieses Videos ist, dass ich dir zeige, was du tun kannst. Wenn du das machst, was ich hier beschrieben habe, dann wirst du ein Held. Ich kenne niemanden, der konsequent das getan hat, was ich in diesem Video beschrieben habe, ohne selber zum Helden zu werden. Ich kenne viele, die gesagt haben, das klappt bei mir eh nicht oder so ein Quatsch. Die haben es nicht gemacht. Aber die, die es gemacht haben, denen geht es sehr, sehr gut. Mein Appell an dich, suche dir einen Helden, lerne ihn richtig kennen, schreibe dir die Affirmationen raus, folge ihm, sage dir diese Dinger jeden Tag. Wenigstens einige davon jeden Tag. Und wenn du sie durch hast, die Affirmationen fängst du wieder von vorne an.